Guten Morgen meine Lieben, ich bin Inka Radlberg, und ihr seid wieder mein Live dabei, bei Marmacher on the Job. Herzlich Willkommen im Bundesrealgymnasium hier in Dornbirn. Hier findet heute die sechste Station der Behindertensport-Beweg-Tour statt und ich moderiere das Teil wieder. Guten Morgen, oder wie das für euch heißt, Morga? War das richtig? Morga? Ja. Mein Name ist Martin Habacher. Ganz eine kurze Einwerbung, was ich mache. Ihr findet es mir im Internet unter Marmacher. MarmacherTV, yeah, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, mit überall. Danke. Ein paar Leute, die da in einem Schildkärzchen teilen sich raus. Wer hat schon mal davon gehört, dass behinderte Menschen Sport machen können? Wow, so viel. Ja, also, die Behinderten-Virtual gibt es. Da liegt viele Menschen behinderte Sportarten kennenlernen. Und ihr werdet euch nachher glauben machen, was man alles für Sportarten machen kann, als Mensch mit Behinderung. Das faszinierend ist, auch Menschen wie ich, und man sieht es bei mir, ich sollte etwas tun, weil ich bin bald so lange wie ich rund bin, also rund wie ich lang bin, anyway, ihr wisst was ich meine. Und deswegen ist Sport eigentlich ziemlich gut, weil es erhält die Gesundheit auch für Menschen mit Behinderung. Und das ist natürlich wenig bekannt unter den Nicht-Behinderten, aber auch nicht so bekannt unter den Menschen mit Behinderung. Und deswegen gibt es die Behinderten-Sport-Bewegtour, die durch ganz Österreich tourt, in den einzelnen Bundesländern, Veranstaltungen wie diese macht, um den Sport bekannt zu machen. Ich bin Behinderten-Sportler des Jahres, 2017, bin Weltmeisterin dieser Sportart, und habe ein Sehvermögen von nicht einmal 10 Prozent. Also im Außenbereich sehe ich noch etwas, gerade sehe ich nichts mehr. Wir haben da ein ganz normales handelsübliches Gewehr, wir normaler Sportschützer auch. Der einzige Unterschied, was wir haben, ist, dass wir Zielgeräte da machen. Also wir haben etwas, wo uns natürlich das Ziel filmt, in dem Fall. Also wir filmen im Prinzip vorne diese Scheibe in Echtzeit. Diese Kamera rechnet in diesen falschen, die falsche Position, oder die Position, nicht die falsche, die Position, rechnet ihr in den Ton um. Also umso neuer wir in den Ziel kommen, umso höher wird der Ton. Normalerweise haben wir Kopfhörer auch, damit die Leute dort auch ein kleines Umwakkel mitkriegen, haben wir jetzt einen Lautsprecher, das dürfte jetzt auch keinen Laut. Wir können mit diesem System auch ohne Kugel schießen. Das ist ganz wichtig für den Sehbehinderter, weil er natürlich nicht von der Mobilität immer an den Schießstand gehen kann, wie ein Sehender, er braucht immer jemanden, der mit ihm geht und ist natürlich aufwendig. Er kann mit diesem System auch zu Hause trainieren. So, alles zur Theorie, jetzt zur Taxis. Wir schießen nicht mit Knall, also mit einem Knachardörer, sondern wir tun einfach nur mit Klick. Also wir könnten auch so das Lautsprecher hören, das tun wir nicht. 10,2. So macht man das. Ja meine Lieben, ihr seht es im Hintergrund, den Bahnhof bereits, das heißt, ich habe fertig. Mein Job ist getan, ich fahre wieder nach Hause, mit dem Zug von Branden nach Wien, und das wird ewig dauern. Ich glaube ich steige ein, 14.51 Uhr, und steige aus, 22 Uhr. Buh! Viel Zeit im Zug. Es war ein cooler Tag, Vormittag. Super interessante Sportveranstaltungen, viel gelernt, und ich kann schießen. Blinkt. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, teilen, kommentieren, und abonnieren, nicht vergessen. Egal auch auf Instagram, Snapchat, Youtube, oder Facebook. I'm everywhere! Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Marachah on the job. Ich freue mich dazu. Und ihr kriege aufle thế联 habilität alle Orden-Matte-Tuch im Bewusstsein. Vielen Dank.